Gude Südhessen wird präsentiert von odenwaldmobil.de, dem Mobilitätsportal für den Odenwaldkreis. Immer mobil, sieben Tage die Woche, zu fast jeder Uhrzeit. Alles Wichtige auf odenwaldmobil.de Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. Januar. Auseinandersetzung bei Montagsspaziergang in Darmstadt, Darmstadt-Dieburg wohl bald Hotspot und was tun bei Verdacht auf gefälschten Impfpass? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Während des unter dem Begriff Montagsspaziergang laufenden Protests gegen Corona-Maßnahmen ist es am Montagabend in der Darmstädter Innenstadt zu Auseinandersetzungen zweier Gruppen gekommen. Wie Sebastian Trappmann, Pressesprecher der Polizei Südhessen, auf Nachfrage mitteilte, seien die sogenannten Spaziergänger auf die Teilnehmer einer Mahnwache getroffen. Rund 200 Personen seien nach Trappmanns Einschätzung dem Aufruf des Bündnis gegen Rechts gefolgt und hatten sich den Maßnahmengegnern entgegengestellt. In der Nähe eines Drogeriemarktes kam es dann zu handfesten Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppierungen. Die genauen Hintergründe werden derzeit noch ermittelt. Trappmann vermutete jedoch, diese könnten im Kontext der unterschiedlichen Meinungen zu den Corona-Regelungen stehen. Wer derzeit an Covid-19 erkrankt, hat kaum Chancen, dezidiert herauszufinden, welche Variante einen erwischt hat. Lediglich das Klinikum Darmstadt lässt bei allen positiven PCR-Abstrichen aller Neuaufnahmen stationärer Patienten eine spezifische Varianten-PCR durchführen, teilt Sprecherin Eva Bredokodier auf Anfrage mit. Steht aber das Klinikum als Teil fürs Ganze, hat Omikron in Darmstadt längst die Infizierten fest im Griff. Bei allen Ergebnissen aller Aufnahmen vom Wochenende konnte die Omikron-Variante nachgewiesen werden, stellt Bredokodier fest. Auch das hessische Sozialministerium geht davon aus, dass mittlerweile 70% der Covid-Erkrankungen auf die Omikron-Variante zurückzuführen sind. Nach Darmstadt könnte nun auch der Landkreis Darmstadt-Dieburg zum Corona-Hotspot werden. Am Sonntag lag der Kreis zum ersten Mal über dem Hotspot-Inzidenzwert von 350. Am Montag lag der Wert dann bei mehr als 380. Es ist also abzusehen, dass Darmstadt-Dieburg ab Mittwoch Corona-Hotspot sein wird. Das bedeutet, dass es zu einem Alkoholverbot an belebten Orten und Plätzen kommen wird. Die Kommunen legen diese fest. Laut Kreissprecher Stefan Weber sind die Plätze im Großen und Ganzen analog zu denen. An denen an Silvester bereits Böllerverbot herrschte. Betroffen sind also 150 Orte in den 23 Kommunen. Dort darf dann kein Alkohol mehr verzehrt werden. Auch gibt es wieder eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen. Auch hier legen die Kommunen diese fest. Im Landkreis wird sich das aber auf die Dieburger Fußgängerzone beschränken. In Babenhausen wird es keine Maskenpflicht geben. In dem bisherigen Vermisstenfall des Benzheimers Dionisio Lazzaro Ottis deutet sich eine gravierende Kehrtwende an. Die Ermittlungsbehörden gehen inzwischen von einem Tötungsdelikt aus, erklärte das Polizeipräsidium Südhessen. Ottis, der heute 63 Jahre alt wäre, wurde das letzte Mal am 21. Juni 2016 in Darmstadt gesehen. Seitdem tauchte er nie wieder auf. Als Grund zu der Annahme, dass es sich womöglich um ein Verbrechen handelt, nannte die Polizei die Umstände des plötzlichen Verschwindens. Er ist wie vom Erdboden verschluckt, charakterisierte Sprecherin Christiane Hansmann gegenüber dem Echo die Begleitumstände. Es sei absolut untypisch und nicht zu erklären, dass eine Person ohne weitere Spuren über solch einen langen Zeitraum, 5,5 Jahre liegt der Vorfall zurück, verschwindet, ohne dass zumindest ansatzweise Rückschlüsse oder Erklärungsmuster möglich seien. Eine Gewalttat hat am Montagabend auch die Anwohner der Kelsterbacher Waldstraße erschüttert. Ein 23-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden und liegt jetzt im Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, soll der 23-Jährige aus bisher unbekannten Gründen die Wohnungstür zu seiner Nachbarin beschädigt haben. Daraufhin entfachte sich ein Streit zwischen dem Mann und dem 16-jährigen Sohn der Nachbarin, in dessen Zuge dieser dem 23-Jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, kam das Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Mit strengeren Corona-Regeln steigt die Zahl der Impfpassfälschungen. Rund 11.000 Fälle bundesweit waren den Behörden zu Jahresbeginn bekannt, mittlerweile dürften es noch deutlich mehr sein. Was tun, wenn man bei jemandem einen gefälschten Impfpass vermutet? Auch im privaten und familiären Umfeld können solche Verdachtsfälle aufkommen. Nutzt der angeblich doppelt geimpfte Onkel, der bisher aus seiner Skepsis gegenüber Impfungen keinen Hehl gemacht hat, womöglich einen gefälschten Impfpass? Ein solcher Verdacht im persönlichen Umfeld wiegt schwer, der Umgang damit bleibt aber jedem Einzelnen überlassen. Das Verwenden eines gefälschten Impfausweises stellt eine nicht unerhebliche Gefahr für die Allgemeinheit sowie die Verwender selbst dar, erklärt das Rheinland-Pfälzische Landeskriminalamt. Die Polizei empfiehlt daher, eine Anzeige zu stellen. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es für Privatpersonen aber nicht. Wer Fälschungen herstellt und vertreibt oder diese falschen Dokumente benutzt, macht sich aber strafbar. Es drohen Geldstrafen und bis zu fünf Jahren Haft. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Das war die heutige Ausgabe von Gute Südhessen, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Darmstadt und Südhessen. Hört aber auch gerne mal in unseren Echo-Podcast Station 64 rein. Ein Angebot der VRM Das war die neue Verwender für Darmstadt und Südhessen, der die Abmente beherst. Vielen Dank.